Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Sonne in unserer kleinen Insel Nasslock Challenge. Wir befinden uns hier zurück in Malia City, wo wir gleich gegen Yasuo antreten werden, dem Inselkönig. Ich will vorher aber noch ein bisschen einkaufen gehen. Das heißt, wir können auch gleich die Sachen verkaufen, die wir auch halt nicht anwenden können. Um unser Inventar möglichst klein zu halten. Ach, die Beleber sind hier, ne? Ja, die wollte ich verkaufen. So. Dann kaufen wir mal ein paar Tränke. Und Hyperbälle. Hyperbälle ist eine ganz gute Idee. So. Beleber können wir nicht verwenden, aber Hyperheiler können wir verwenden. So, perfekt. Wir sind vorbereitet. Und dann auf in die Schlacht. Hi. Hey Mädchen, lass uns kämpfen. Tut ich. Ich bin nämlich der Inselkönig, falls du es nicht wusstest. Ach, das hatten wir schon. Kein's los. Genial. Let's go. Na dann los. Hab ich Pinkies nach vorne gesetzt? Ich weiß es gerade nicht. Aber er hat nur drei Pokémon. Das erste ist ein Zubiris. Ja, Pinkies vorne. Ding ist, gegen Zubiris kann es gar nicht so viel ausrichten. Zubiris ist nämlich ein Geist- und Licht-Pokémon. Das heißt, Kampfattacken und Normalattacken haben keine Wirkung. Und Zubiris auch nicht. Das heißt, wir müssen mit einem neutralen Sputball angreifen. Sehr schön. Ja, das sollten wir hinkriegen. Müssen wir vielleicht dann auch nur einen Trank geben. Wir müssen bei seinem letzten Pokémon halt drauf aufpassen, dass wir volle KP haben, weil wir sonst in seine Z-Attacke kommen. Nee, ich sah da den schon mal raus. Das wäre ganz normal, wenn wir Zubiris Spezialangriff vielleicht nochmal senken könnten. Wie gesagt, wir haben halt leider keine Feen-Attacke, sonst wird der Kampf ein bisschen einfacher für uns sein. Okay, wir geben jetzt auch einen Trank. Sondern dann greifen wir weiter mit Schupe an. So, dann war es jetzt mit deinem Zubiris. Was kommt jetzt? Rocker-Mai. Haa. Wir bleiben drin. Wir könnten halt auch Bienen wechseln. Tja, blöd, dass wir unseren Spezialangriff nicht wirklich nutzen können. Ich muss jetzt eigentlich überreihen. Wir wechseln gleich. Wir können auch Pilz wechseln. Ja, da war der Switch halt die richtige Entscheidung. Das war noch ein Volltreffer. Gucken, ob wir die Pilzspure durchkriegen. Es ist irgendwie immer so, wenn wir, ähm, Pilzspure einsetzen, aktiviert sich, ähm, Spurenwetter, ne? Dann können wir mit dem Gutsalber weiter machen. Wir sollten jetzt eigentlich noch weiterperren. Das würde mich ziemlich wundern, wenn das jetzt noch aufwacht. Also zumindest jetzt gleich in der Runde, in der es eingeschläfert wurde. So. Oh, ist er wieder voller K.P.? Okay, seine Snobiligkeit müsste seine Zettattacke haben. Das heißt, wir wechseln auch Pink zurück. Wir geben für Pink gleich einen Trank, dass es die Zettattacke mit vollem K.P. abfangen kann. Oh, ist jetzt keine Zettattacke ein? Naja, wir sollten trotzdem weiter unsere K.P. hochhalten. Okay. Okay. Snobiligkeit ist nämlich das Popmon, war eben das, ähm, der Zettattacke einsetzt. Nice. Wir hätten sonst gleich einen Trank geben müssen, damit wir seine Zettattacke nicht schlucken. Sehr gut gemacht, Pink. Und wieder hat Pink uns den Hintern gerettet. Na, sowas. Ich wusste ja schon, dass du mutig und stark genug bist, um Teams Geins Wille aufzumischen. Aber das hier? Schau mal Leistung von deinem Pokémon. Lass mich dein Team schnell wieder auf Vordermann bringen. Hier, nimm schon. Und eine weitere große Prüfung, die wir bestanden haben. Tata! Die große Prüfung wurde bestanden. Und so geht die Pose für die Zettkraft vom Typ Unlecht. Strammer Move. Ja, klar, äh, Zuckerlocke, so geht's mir auch. Damit hast du alle Prüfungen auf Ula Ula bestanden. An dieser Stelle muss ich dir jetzt wohl gratulieren. Na dann, Glückwunsch. Witzigerweise, wenn man sich die, ähm, Modelle von den eigenen Protagonisten anguckt, der hat gar keine andere Animation. Der kann nicht erstaunt gucken oder so. Die hat nur diesen einen Blick. So, das liegt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen daran, dass der Charakter mal so ein bisschen stark wirkt, weil der nur diesen einen Blick hat. Jetzt hast du was zu erledigen, oder? Übertreibst du nicht. Was dich angeht, Gladio, wenn du wirklich stärker werden willst, solltest du dich nicht von Team Skull herumkommandieren lassen. Sefi! Will, du nimmst das Wort Spaß in den Mund. Oh ja, wenn dir einmal das Wort Spaß sagt, ich bin dafür, dass wir ihn dann über Bord werfen. Wenn ich stärker gewesen wäre, hätte ich Lilly helfen können. Aber wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Ich will euch unterstützen, so gut ich kann. Damit wir ja bald alle wieder lächeln können. Sagte er und lächelte. Wohin haben sie Lilly denn gebracht? Wo kann es nicht sein? Sonst hätte sie, wie sie sehen müssen. Du bist scharfsinniger, als du aussiehst. Sie ist im Eva-Paradies. Im Eva-Paradies? Da wären wir. Das ist die Anleggestelle des Eva-Paradieses. Normalerweise ist es hier so friedlich. Aber dort hinten scheint Unruhe zu herrschen. Seid auf der Hut. Warum glaubst du, dass sie Lilly ausgerechnet ins Eva-Paradies gebracht haben? Ich weiß es einfach. Okay. Und wie geht es jetzt weiter? Suchen wir sie? Als erstes sollten wir vielleicht zum Aufzug gehen. Vielleicht? Dieser Typ macht mir Angst. Er hat überhaupt keinen Plan. Hast du einen Plan? Gut. Ding ist... Man könnte jetzt sagen, ja, wir haben die große Prüfung bestanden und eigentlich müssten wir jetzt das Team wechseln. Ding ist halt, wir sind hier Story-mäßig gelockt. Das heißt, wir müssen wohl über über mit dem Team hier weitermachen. Was ich auch vorhin schon gesagt hatte, dass wir halt die Aether-Foundation oder das Aether-Paradies nicht als eigene Insel betrachten, sondern halt, da man hier aus Story-Gründen eigentlich nur ist, beziehungsweise da eigentlich die Story hier einem immer automatisch hinbringt, zählt das einfach noch mit zu Ula Ula. Was bedeutet, dass wir dieses Team noch eine Weile länger dabei haben? Hi, du. Ein Eindringling. Ich werde dich zermahlen. Kost es, was es wolle. Dann schauen wir mal, was der so schönes hat. Einen Dickdrehen. Gucken, welches Level das hat. Eventuell kann Pink das alleine fertig machen. 37. Gut, es kann kein Eisen schädeln, dass es total klauen kann, ist unwahrscheinlich. Das sind die einzigen Startattacken, die Aluna Dickdrehen so weit lernt. Und so ein Tiefschlag ist uneffektiv auf uns. Das ist gute Arbeit, Pink. Und da wird 43 für Eisen. Viskagott. Viskagott ist ein Drachenpoken. Auch wenn es nicht so aussieht. Leider haben wir keine Feenattacke. Da müssen wir es auf die alte hergebrachte Art und Weise klären. Viskagott ist übrigens, falls ihr euch wundert, warum das gerade so verdammt viel Schaden gemacht hat. Wir sind erstmal überlevelt, haben einen Step-Bonus auf, Body-Slam. Und auf der anderen Seite ist Viskagott, beziehungsweise die Entwicklungsreihe von Viskagott, ist halt mehr auf die spezielle Verteidigung ausgelegt. Die Verteidigung ist gar nicht so hoch. Was war das denn? Was war das denn? Das war, äh, das war das Wenn. Ich kann nicht mehr meinen richtigen Satz bilden. Ja, Junge, da geht es dir wie mir. Ich musste gerade den Satz auch nochmal lesen. Schade, ich lasse da wieder noch ein Item. Hi, du. Mein Aftermath lautet alle Trainer zu verjagen, die hier auftauchen. Lucy hat ein Superbad. Vorsicht, die junge Dame hat ein Superbad. Echt gefährlich. Aber Terrybug hat sie auch. Terrybug ist die Weiterentwicklung von, ähm, Warp-Clap. Na, gucken, was die Fähigkeit hat es. Es hat, äh, Bedroh. Terrybug kann nämlich zwei haben. Bedroh und, ähm, eine andere. Bedroh, ich würde sagen, wir nehmen die Geokinese. Dann können wir wenigstens von unseren erhöhten Spezialangriff profitieren. Hm. Ach ja, Wasserring. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unser Team möglichst unbeschadet hier durchzukriegen. Es wäre halt echt ärgerlich, jetzt noch kurz vor Schluss einen Teammitglied zu verlieren. Und da wird 42 für Rubin. Du bist alldurch zu stark. Denken Sie in der Scheppetage? Wirklich, ich könnte jemanden wie dich verjagen? Wer weiß. Ähm. Wie sieht es denn hier leveltechnisch aus? Ja, Pink hat ein bisschen, hat ein paar Level zu viel drauf, ne? Guten Tag. Egal, wer du bist. Ich werde dich zerquetschen. Auch wenn es mich mein letztes Cent kostet, oder? Da wäre ich ganz vorsichtig mit der Aussage. Da wäre ich, wenn ich du wäre, aber ganz vorsichtig. Ein Drasche. Drasche ist die Weiterentwicklung von Kindwurf. Und im Gegensatz zu Brutalander, der letzten Entwicklungsform der Reihe, ist es tatsächlich mehr auf Verteidigungswerte ausgelegt. ist halt echt schade, dass wir keine Eisattacken haben, ne? Slamis großer Vorteil ist es halt, dass es so viele verschiedene Attacken lernen kann, wie Eisstrahl, Donnerblitz und so. Aber halt, die haben wir halt alle nicht. Ein Trompeg. Trompeg ist ein Flugfogmon. Geben wir Eisen mal ein bisschen was zu tun. Bombs. Nehmen wir Steinharre. Ich finde es mal witzig, wie Eisen so eine Arschbombe hinlegt. So, es macht eine Arschbombe und von der Decke fallen Steine. Ein Doppellevel ab, wie schön. Oh nein, dieser Kampf hat mich mein letztes Hand gekostet. Aus, ziehen, aus, ziehen, aus, ziehen. Bubis für die Klicks. Die Angestellten des ESA-Paradies haben viele Gesichter. Du wirst schon sehen. Haidu. Ich hätte Haidu. Wie ist Zuckerlock hier eigentlich vorbeigekommen an den ganzen Leuten? Deine Pokémon tun mir echt Zeit, Eintringling. Warum? Den geht's gut. Den geht's voll töftig. Ich meine, gut zu kämpfen, weil ich jeden Kampf oft besser schneide. wo ein Kampf zwischen Leben und Tod entscheidet. Aber abgesehen davon gibt's den echt Töfte. Hm. Wir sollten wechseln. Parasek ist ein Käfer. Ähm. Er pflanzt einen Käferpunkt. Das ist nicht so gut wie er selbst als. Und naja, Rubin ist gegen Pflanzerattacken und gegen Käferattacken schwach. Wobei Pflanzerattacken dürft es nicht haben. Die einzige Pflanzerattacken, die es haben dürfte, ist Absorber. Ist klar. Kehl Spuren. Nervig. Tja, gut, dass wir das Choppen waren. Nennen wir das Halb, Bruder. Naja, setzt ruhig deine blöde Zornkling an. Überlebst eh keinen Flügelschlag. Parasek gehört zu den unbeliebtesten Pokémon von Gamefreak. Es gibt tatsächlich eine Liste, die ich weiß nicht wer, ja, ich glaube Fans waren das, die sich halt angeguckt haben, wie oft kommen gewisse Pokémon im Anime vor oder spielen in der Story eine Rolle oder halt sowas. Und naja, Parasek gehört zu den Pokémon, die auch da am unbeliebtesten sind. Ähm, ja, Gigasauber. Gigasauber ist zwar ziemlich nice, weil Gigasauber, ich glaube, stärker 80 mittlerweile hat. Das ist ziemlich gebufft worden. Und KP heilen kann, auf der anderen Seite hat man es nur 15 Mal. Was übrigens auch gebufft wurde früher. Nein, das war ein C-Mann. Früher waren es 5-Mann. Das ist ziemlich gebufft worden. Jedenfalls sollte es allemal zuverlässiger sein als Strauchler, weil ein Strauchler ja immer so viel Schaden macht, je schwerer das Pokémon ist. Und mit Gigasauber haben wir da wenigstens eine Konstante drin. Das macht ja konstant immer Schaden. Driftzeppli, wir können drinbleiben. Driftzeppli ist ein Geistflug-Pokémon. Die Weiterentwicklung von Driftblock. Wir können es also wahrerweise mit einer dunklen Graue oder Steinheile angreifen. Wir nehmen Dunkelklau, wenn dunkle Graue oder höchste Folterer-Quote hat. Und bis damit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit One-Job. Oh, wie braver. Na gut, wir können drinbleiben. Wie braver ist Rache Boden. Und da wir ein Flugtyp sind, heißt es, dass es uns mit Polizieren Bodenattacken erstmal nichts kann. Au. Was hat Geronimo eigentlich nochmal für eine Fähigkeit? Muss ich denn in der Nacht kommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das war, glaube ich, die schlechtere von beiden, ne? Ich dachte, du wirst irgendein der Häggler auf einer Eindring. Aber da ist ganz schön was drauf. Machen wir mal kurz Loki-Loki. Ah, da ist Geronimo. Es hat Adlau. Ja, eindeutig die schlechtere Fähigkeit von beiden. Ich weiß gerade nicht, was das Zweite war, aber Adlau war schon ziemlich schlecht. Wobei, hey, immerhin kann seine Genauigkeit nicht gesenkt werden. Äh, ich wollte einen Trang geben, genau. So, man weiß ja nie, was einem so über den Weg läuft. Da habe ich lieber volle KP auf Stami. Stami sind ja nicht gerade für den hohen Angriff bekannt. hier noch irgendwas. Nö. Ein Sonderbonbon. Sehr besonders. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Idioten, die aufs Maul wollen? Ja! Ja! Ich muss kämpfen, damit die Pokémon hier im Paradies sich sicher fühlen können. Ach, stell dir das jetzt selber vor. Gladio und Charlie sitzen da beim Aufzug, warten auf uns. Rennen wir so auf die zu. Und die meinen, ach, da kommt sie endlich. Wurde aber was zahlen. Wir biegen ab zum nächsten und hauen denen erstmal aufs Maul. Ein Mann hat das vor mit einer Zieb und Ese einfach auseinandernehmen. Das sollte kein Ding sein. Sag ich doch. Und dann bin ich 44 für Beinlos und dann bin ich 44 für Eisen. Oh, Explosion. Nein, danke. Explosion ist so eine ziemlich starke Attacke. Aber ich möchte Eisen gerne noch behalten. So, wenn es das halt einsetzt, besiegt es sich selbst. Und naja, dann dürft ihr es laut unseren Regeln nicht mehr einsetzen. Ach komm schon, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Wollte schon sagen. Oh, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Das kann es doch nicht gewesen sein. Wo ist das? Wow. Ich bin begeistert. Naja. Haben wir die TM auch. Könnte vielleicht nochmal für zukünftige Strategien ganz nützlich sein, aber abgesehen davon ist sie der absolute Witz. Also dann ab nach oben. Was ist denn los? Anscheinend können nur Angestellte der Aether Foundation ins Unterstand Geschoss gelangen. Damit hätte ich rechnen müssen. So, keine Wahl. Wir müssen nach oben. Also ich hätte ja den Typen neben uns dahin geschliffen. Ich bin Fabian, der einzigartige Regionalleiter der Aether Foundation fragt los oder der nicht. Was habt ihr denn hier zu suchen? Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Das weißt du als Regionalleiter der Aether Foundation besser als ich. Also stell dich nicht dumm an und spuck gefälligst aus, was dir los ist, Fabian. Ganz schön frech, Jünger, Mann. Ganz auf dich allein gestellt, dann hat dich aufsichtig abgehört, Gladio. Aber von mir erfährst du nichts. Du kannst dir nicht denken, warum. Sefi, weißt du, was mir am Trainer-Dasein so gefällt? Dass Erwachsene und Kinder gleichgestellt sind. Das Alter ist irrelevant. Was du nicht sagst, wirklich süß. Man nennt mich auch die letzte unüberwindbare Passion des Aether-Paradieses. Mit ausgerechnet Haufen Kinder wie ihr meint sich Siegeschancen gegen mich aus, dass ich mich lache. Ich hoffe, wenn ihr unbedingt versteht, können wir gerne kämpfen. Oh, er hat noch ein Pokémon. Und er hat ein Hypno. Hypnotastisch. Ah, wir greifen erst mit dem Siedewasser an. Hypno ist nicht so gefährlich. Tja, jetzt müssen wir leider wechseln. Die haben nämlich kein Siedewasser mehr. In dem Fall Tyrannimo! Wieso setzt du zuerst Aussätze ein, wenn du dann danach Hypnose einsetzt? Das macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Ich meine, wenn mein Pokémon schläft, ist es egal, ob es seine Attacke noch einsetzen kann oder nicht. Weil, naja, wenn du schläft, kannst du gar keine Attacke einsetzen. Dann hättest du den Aussatz auch sparen können. Ah, wir haben auch ganz eingesetzt. Jetzt setzen wir was ein und glaub mir, das wird dir nicht gefallen. Sag ich doch. Und er wird 43 Garubin. Was war's in der Welt? Konnte dieses Kind mich? Milch? Alter, Fabel, einfach sagenhaft, Sefi. Dabei ist Fabian auch so stark. Findest du? Also noch einmal, stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ist ja schon gut. Mich allein geschätzt und hat sich wirklich abgehärtet und ganz schön zynisch gemacht. Aber gut, wäre ich auf der Suche nach Cosmo, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss sagst du? Das erinnert mich an irgendwas. Ach ja, meinte Pia nicht diese Erschütterung neulich sei aus dem Untergeschoss gekommen? Was in der Welt treibt sie da unten? Das wüsstest du wohl gerne, was? Ich habe aus verlässlichen Quellen gehört, dass unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine neue Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalte den Auszug für uns frei. Aber sicher doch. Das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Tiefig, Tali. Sobald ihr bereit seid, geht es los. Seid ihr bereit? Na klar. Lasst es gehen. Er hat sich nicht viel verändert. Das ist ja auch erst zwei Jahre her. Wow, das sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Nicht so laut, Tali. Es freut mich, dass du dir nicht vor Angst in die Hose machst, aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit zwei Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beiden kümmert euch um das Geheimlabor B, das nicht am Ende des Ganges. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Warum kennst du dich hier überhaupt aus? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon der halben Belegschaft von uns zwei erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Aber anscheinend bekommt es Claudia auch mit der Angst zu tun. Hier, Sefi, das ist für dich. Falls es wieder Beleber sind, kannst du dir die sonst wo entstecken. Toll. Vielen Dank für nichts. Lilly braucht unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na dann. Oh, hi. Stehen geblieben, Eintrilling. Niemand betritt ungefugt das Geheimlabor. Hätten wir da nicht einen Dreierkampf draus machen können? Das wäre schneller gegangen. Hallo, Slimehawk. Wir müssen wechseln, wir mobilen. Also gut, ihr kennt das Prozedere. Slimehawk ist ein Unlicht Gift-Pokemon. Ist ein bisschen blöd für uns, deswegen wechseln wir auf Beinlos. Was eine ziemlich gute Wahl ist, weil es einen Stahltyp hat und wenn das Slimehawk die Gift-Attacke gegen uns einsetzt, ist das ein Kostloser-Switch-In. Au. Das hat ganz schön viel Damage gemacht. Wir sollten lieber wechseln. Wenn es jetzt noch mal Abschlag einsetzt und, naja, ähm, wir ist vorher nicht besiegen, dann sind wir leider Fratze. Na ja, du hast ja gar keine Dampfwalze. Ich dachte immer, du hättest welche. Bleib mit dem Steinhagel. Sehr schön. Wie viel Dank des Lockenkopps von Beinlos jetzt auch einfach schneller sind. Sehr gut. Interessant. Sieht so aus, als hätte ich verloren. Eine schlaue Bemerkung. Das ist korrekt. Nur Forscher, wir haben hier Zutritt. Jetzt bin ich an der Reihe. Diesmal will ich dir eine kleine Cospro unserer Forschungsarbeit geben. Wie gesagt, ein Dreierkampf, der hat geiler gegeben. Oder man hat einfach an diesen Typen weg, rational. Die sind dann doppelt rausgebracht. Wir müssen wieder wechseln. Ich weiß, Beinlos ist ziemlich angeschwächt, aber wenn eine Elektro-Attacke kommt, hat es keine Wirkung. und Stall-Attacken haben auch ziemlich wenig Effekt auf Beinlos. Wir geben eben einen Trank, um auch nochmal sicher zu gehen. Wir wollen Beinlos ja noch eine Weile behalten, nicht wahr? Okay, jetzt wird es zurückgewaltzt. Und da ist die Robustheit. Aber wie gesagt, da gibt es nichts, was Markkuton entgegen tun könnte. Vorschussbericht von meinen Pokémon-Kampfkünsten ist kein Vorschuss zu verzeichnen. In diesem Labor befassen wir uns mit der Entwicklung neuartiger Poké-Bälle. Mit unserer neuesten Errungenschaft lassen sich sogar Pokémon-Funk, die nicht in der Lola heimisch sind. Wow, das ging vorher ja gar nicht. Lass mich raten, was ich hier erfülle. Du soß Kostbox-Schimpf. Ey, Zuckerlocke, ich sehe dich da hinten. Würdest du vielleicht herkommen und uns helfen? Nein? Ach, verdammt. Wenn du wissen willst, welche Experimente wir jetzt benutzt haben, musst du mich erst besiegen. Steht Zuckerlocke da einfach rum und lässt uns machen. Ja. Porygon 2 kann eventuell Elektro-Taktik. Da sollten wir ein bisschen aufpassen. Porygon 2-Angriff ist halt nicht zu unterschätzen. Naja, es hat sich erleuchtet und hat Stami geholt. Wir wechseln auf Pink. Tja, und das, meine Lieben, nennt man Instinkt. Diese Ampelleuchte hätte Rubin sehr wehgetan. Das wäre effektiv gewesen. Das wäre sicherlich ganz schön reingehauen, wenn wir vielleicht nicht sogar Rubin daran verloren hätten. Also von daher, das war die beste Wahl, die wir hätten treppen können. Wir hätten es ja bestimmt nicht gewonnen, Schott, da gehe ich mal nicht von aus. Und ein weiteres Abloch für Pink. Und 1144 für Geronimo. Interessant, du hast tatsächlich gewonnen. Dieser Ergebnis hat dich nicht einkalkuliert. Korzburg ist der letzte fehlende, das letzte fehlende Puzzlestück. Der Schlüssel zur Öffnung der Ultra-Pforte. Los, verschwinden wir. Wir sind schließlich Forscher, kein Pokémon-Trainer. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt hier eine klitzekleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao.